Hallo mein Name ist Azel, Member der Pizza Squad und ich begrüße euch zu einem neuen Part von Zelda Majors Mask. Im letzten Part haben wir die Spinnenhäuser erledigt und haben uns das Herz von der Hunderennbahn geholt. Und weiter geht es in diesem Part mit einigen weiteren Sidequests. Doch bevor wir den anfangen können, müssen wir etwas ganz wichtiges machen. Denn, wenn man insgesamt 5000 Rubine auf der Bank einzahlt, dann kriegt man Herzteil. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal Rubine Grinden gehen. Soweit ich komme, denn ich habe noch etwas anderes vor heute. Also ich werde jetzt direkt 5000 Rubine Grinden. Aber wir sehen uns beim Wettbekommen. Bis später. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das wäre es fürs Erste mit den Rubinen gewesen. Jetzt können wir hier auf dem Ikaner Friedhof weitermachen, denn wenn wir hier jetzt die Leute ansprechen, oder die toten Leute ansprechen, dann öffnen sie ein weiteres Grab für uns. Ah, Hauptmann, Sir, verzeiht mir. Der Hauptmann ist da. Habt acht. Es ist schon so lange her, dass wir euch gesehen haben, Sir. Wir haben diesen Gräberschränk bewacht, genauso wie ihr es empfohlen habt. Wir haben nun auf euren nächsten Befehl gewartet, Sir. Öffnet das Grab. Jetzt zerschlagen die wieder mit ihren muskulösen Armen das Grab und verschwinden auch direkt da drin. Letztes Mal hatten wir dieses Grab geöffnet. Das da. Und jetzt ist das hier ein anderes Grab. Und in diesem Grab sollte, hoffentlich, wenn ich mich nicht vertan habe, ein Herzteil sein. Ah, oh, ich hatte kurz Angst. Ich dachte mir so, bin ich gerade dumm? Also ja, ich bin dumm, aber okay. Dann rein mit uns. Oh, oh, hier sind die Fledermäuse unsichtbar. Scheiße, unsichtbare Unfledermäuse, ich hasse sie. Unsichtbare Unfledermäuse gehen ja noch, aber unsichtbare Fledermäuse... Du kriegst erstmal einen Pieks in den Rücken. Ey, dafür musst du im echten Leben echt viel Geld ausgeben. So viel Akupunktur und sowas. Sieht genauso aus, bei mir auch jeden Tag. Pff, das auch. Das mache ich dann auch bei jedem Tag bei meiner Akupunktur. Okay, dann kriegst du einen Pfeil. Ich meine, Pfeile gehen auch. Das sind ja auch nur große Nadeln. Ah, da vorne ist auch eine brüchige Wand. Oh, shit. Shit, just got real. Nimbuskale. Aber das Gute bei denen ist, dass man immer einen Free-Hit kriegt. Weil die erst angreifen, wenn man sie schlägt. Deswegen machen wir das Beste draus. Oh, shit. Gut, hiermit blocken mit dem Schwert ist schwierig. Deswegen eher ausweichen. Und zuschlagen. Das ist ja schon der Second Phase. Oh, er ist geblockt. Okay. Oh, das hat er mich. Das habe ich sogar im echten Leben gespürt. Huh. Damn. Harder Kampf. Ich sehe so bescheuert aus mit dieser Maske. Da haben wir ein Herz. Nice. Achso, hier gibt es keinen schnellen Ausgang. Okay, schade. Ach ja, ich vergaß. Akupunktur. Jetzt skippen. Als ob der... Also wir müssen jetzt... Was müssen wir eigentlich? Und zwar für das nächste Herzteil müssen wir hier ins Observatorium und dort mit diesem alten Mann sprechen. Ich habe dich bis zuvor noch nie gesehen. Bist du an der Front der Bomber? Ich sage ja immer, es ist ein wichtiges Interesse für etwas, worin du so lange mal jung bist. Ich glaube, diese Seltikstur zu benutzen, um dich umzusehen. Versuch es doch mal. Ja. Und zwar dürfte jetzt gleich... Sollte ich gleich über die Mauern irgendein... Ah, da ist er schon. Da ist er. Dieser Deko hinter den suchen wir. Der hat nämlich was ganz Wichtiges für uns für mich. Das nächste Herzteil. Das ist so langsam. Schön im Auge behalten. Ah, da ist er. Ja, genau da sollte er reingehen. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist alles nach Plan. Ja, wir haben was sehr Schönes gesehen. Ich habe etwas Interessantes entdeckt. Und dem gehen wir doch gleich mal auf die Spur. Und zwar, wenn wir jetzt hier in diesen... In diese kleinen Grosche... Grottel. Grosche, Grottel. Was auch immer. Gehen. Und Tim mit dem reden. Sollte er uns ein Herzteil anbieten. Ah, was machst du denn hier? Dieses ist mein geheimes Lager. Du kannst nicht einfach unerlaubnis reinkommen. Oh, bitte. Ich verkaufe dir ein Herzteil. Aber bitte behalte dieses Kanz für dich. Das kostet nur für die Ruine. Nein. Wirklich? Dann lässt du mir keine andere Wahl. Für eine Ruine. Okay, noch weiter runter. Also gut. Dann werde ich ihm halt irgendwo ein neues Lager aufbauen. Nein. Als ob der jetzt wegfliegt. Nein. Ich wusste nicht, dass er wegfliegt. Scheiße. Alles umsonst. Ey, ich weiß. Das kann doch nur mir passieren. Phil, fliegt der einfach weg. Ist nicht sein scheiß Ernst, Mann. Na gut. Das ist eine Verteidigung. Wir sind auch in sein Versteck eingebrochen. So. Neuer Plan. Neuer Plan. Hört mir zu. Ich weiß. Man sieht es mir an. Ich bin richtig kacke im neuen Plenumschwiesen. Aber wir machen es jetzt einfach. Ich hole mir jetzt hier 500 Brubine ab. Und dann skippen wir zur Nacht des dritten Tages. Ich hoffe, dass ich da recht habe. Oh, ne. Ich habe recht. Ich habe recht. Vorher aber. Weil jetzt bin ich nämlich nicht mehr verhext. Ja, hier suche ich. Was sagt er? Huh. Wer bist du? Ich kann nichts sehen. Es ist zu hell. Du bist kein Geist, oder? Ein Feenkind? Oh, so war das Licht der Feen in diesem Fall. Bin ich höchst erfreut. Ich suche nach dem Königlingsschatz. Doch meine Fackel ging plötzlich aus. Würdest du mir hergehen und den Weg für mich ausleuchten? Ja. Dann lass mich dein Licht verwenden. Ich führe mich an den Ort, von dem du glaubst, dass dort der Schatz vergraben sein könnte. Ich würde den Schatz auch mit dir teilen. Ich zähle jetzt auf dich. So. Grab hier mal. Oh, das ist das Selbstheimnis. Ja, ja, komm. Hier, grab einfach aus. Wir müssen jetzt hier drei. Ja, wir müssen drei von diesen Feuern fangen. Weil dann kommt ein Geist. Und wenn wir den Geist besiegen, dann gibt er uns eine Flasche. Ja, Mann. Guck dir dieses witzige Spiel an. Das macht so viel Spaß. Das ist ein lustiges Minigame. In dem es darum geht, einem alten Mann vorweg zu laufen, der nicht mehr als 0,5 kmh laufen kann. Hey, komm. 2 für 2. 2 für 2. Scheiße. Jetzt ist die Gräuße. What the? Ich sage jetzt nicht, dass die Flamme gelöscht ist. Ist die Flamme gelöscht? Oh, die Flamme ist gelöscht. Das ist ja kacke. Hoffentlich ist das ANG jetzt nicht anders. Das ANG ist anders. Ich bin begeistert. Die Technologie von damals können immer noch Leute aus der Gegenwart abfacken. Ich sehe dann... Ach, scheiße. Dann gehen wir gleich nach links. Uh, okay, okay. ANG ist auf unserer Seite. Du Bitch, Alter. Verpiss dich. Okay, kein gutes ANG. Kein gutes ANG. Okay, das ist nun Lamont. Das ist nicht schlimm. Der fällt also ein paar Stunden auf uns. Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das diese Competitive Stats sind, von denen wir immer alle reden. Aber ich mache es jetzt einfach mal so. In der Hoffnung, dass ich nicht sterbe. Komm schon, bitte. Zumindest der andere. Ja, nice. Okay, gut. Jetzt sind hier oben noch zwei Flecken. Einmal hier. Und einmal auf der anderen Seite. Aber ich weiß... Warte, das hier sind doch Druckplatten, ne? Oh, das wird schon alleine. Jetzt schön hinten einmal umdrehen, bitte. Und nicht runterfallen. Kann der überhaupt runterfallen? Ich hoffe, er kann nicht runterfallen. Uh! Alter, Harschaf an der Gatte vorbei. Bitte, Alter. Jetzt deine letzte Flamme. Das war so geil. Nein, natürlich nicht. Wie kriege ich dich jetzt hier wieder runter? Au! Der fällt einfach runter. So, hier muss es jetzt drin sein. Weißt du, ich verstehe ja, dass er so langsam ist. Aber warum müssen die Plattformen so fucking langsam sein? So, hier muss es jetzt aber drin sein. Ja, danke. Das sind drei. Ach, ach, jetzt kann er rennen, ne? Jetzt kann er rennen. Kein Thema. Ja, feine Bohren hätte ich jetzt mal gesagt, ne? So, das war's. Ah, wir kriegen nicht von Dampe an sich die Flasche, sondern von dem Geist einfach. Also die Trudascheide einfach. Da haben wir die Flasche. Uh! Dann wieder so noch eine. Und dann sind wir raus hier. Ich glaube, ich kann man einsammeln. Ich sammle dich mal ein. Die kann man bestimmt gut verkaufen. Ja, kann man. Wie nennt sich das Ding? Nachtschwärmer. Dieser flüchtige Geist kann vielleicht zum großen Nutzen sein. Den kann man nämlich verkaufen. Da kriegt man 20 Ruine für. Was ich euch zeigen wollte, man geht hier hoch. Und hier oben sieht man ein kleines Zimmer. Das ist das Zimmer von Dampe. Wo er sich gerade mal in dem Bett versteckt. Ich kann mit ihm reden, Leute. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Aber wenn man hier rausgeht, sieht man schon, wo man rauskommt. Nämlich Philophonicana. Hier oben bei der verschlossenen Tür. Und jetzt müssen wir schnell weiter in die Unduchstadt. Weil jetzt besuchen wir nämlich einen alten Freund von uns. Und zwar den Kuriositätenhändler. Was wir bei ihm jetzt kaufen können, ist... Nuh mal rein. Sieh ruhig um. Ich habe auch ganz besondere, seltene Ware. Maske der Nacht. Weißt du nicht mehr, wann sie hergestellt worden ist. Aber sie ist auf jeden Fall ein sehr ausgefallenes Stück. Trägst du die Maske. Findest du keinen Schlaf? Kannst du tun und lassen, was du willst. Ganz schön, unheimlich, was? Du sagst es. Ja, Maske der Nacht für eine Rubine. Ja. Die wollen wir gerne haben. Maske der Nacht erhalten. Trägst du diese Maske, bist du vor der sanften Umarmung des Schlafes geschützt. Drücke C, um sie zu tragen. Das ist eine garstige Maske gekauft. Das wurde nur dieses Buch vermerkt. Oh, ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich scherze nicht. Also, was ist das für mich? Ja, tatsächlich habe ich was. Und zwar, obwohl ich behalte den mal. Ich behalte mal diesen Nachtschwörer. Vielleicht kann man damit noch was machen. Diese Maske erscheint nicht einfach nur so in der letzten Nacht, sondern man muss dafür Sarkon in der ersten Nacht davon abhalten, die alte Dame des Bombenladens zu bestehen. Wer ist Sarkon, fragt ihr euch? Nun, ganz einfach. Sarkon this. Aber diese Maske bekommt man nicht nur. Also, diese Maske erscheint nicht nur am letzten Tag. Äh, diese Maske erscheint nicht nur in der letzten Nacht im Kuriositätenhändler, sondern man muss dafür auch Sarkon. Diese Maske erscheint nicht nur in der Nacht des letzten Tages, sondern man muss dafür, äh, 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 die Maske, diese Maske erscheint nicht nur in der Nacht des letzten Tages, sondern man muss dafür auch was tun. Nämlich muss man da, darf, äh, scheiße, äh, und zwar, diese Maske erscheint nicht einfach so, man muss etwa, diese Maske erscheint nicht einfach so, man muss etwas dafür tun. Und zwar muss man in der ersten Nacht Sarkon daran, diese Maske erscheint, aber diese Maske erscheint nicht einfach so in diesem Laden, aber diese Maske, aber diese Maske erscheint nicht einfach so in diesem Laden, sondern man muss dafür in der ersten Nacht Sarkon davon abhalten, äh, die alte Oma zu bestaunen.